Hey Doc, wann kommen wieder vermehrt Zahnvideos? Hallihallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr reingeschaltet habt, das ich kriege von euch. Vor allem von der YouTube-Community kriege ich immer wieder viele Zuschriften, so nach dem Motto, hey, wann machst du wieder neue Zahnvideos? Sie werden kommen, wobei eigentlich auf dem Dental-Boté-Kanal alles, was für Zahngesundheit wichtig wäre, schon gesagt ist. Dieses ewige Bespielen mit neuen Inhalten, das ist nicht unbedingt förderlich für das einzelne Individuum. Das füllt vielleicht die Zahnarztpraxis, dass dann immer wieder neue Leute kommen und sich abgeholt fühlen. Für das Individuum ist es erfolgreicher, wenn es lernt zu recherchieren und zum Beispiel am Dental-Boté-YouTube-Kanal zu jedem Thema, das für Zahngesundheit wichtig ist, das wurde jetzt schon seit fast 15 Jahren durchgekaut. Das haben wir durchgekaut. Was ich jetzt machen werde, ich werde die Videos noch einmal vereinfachen, dahingehend, dass ich die Dinge viel klarer aussprechen werde, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man vor 15 Jahren gesagt hat, wir haben aus Krankheit ein Geschäft gemacht, dann kam ein Shitstorm, dann kam ein, ja und wieso? Und der Arzt will doch nur das Gute. Und jetzt nach dem Event, was wir hatten, was wir mit Corona tituliert haben, ist vielen Menschen bewusst geworden, dass es vielleicht doch nicht so ist und dass die Schwurbler, die schon seit 15 Jahren aufklären, vielleicht recht hatten. Aber, wieso habe ich jetzt nicht so viele Zahnvideos gemacht? Ein Arzt sollte immer der Priorität nach Dinge abarbeiten. Das heißt, wenn einer vor mir liegt und der blutet stark, dann renne ich nicht zu ihm hin und schaue mir seine Zahnfüllungen an, sondern dann versuche ich auch als Zahnarzt die Blutung zu stiehlen. Und wir hatten mit dem Ereignis, was jetzt vor der Tür oder was abgelaufen ist, ein Event, welches die Schwurbler als Genozid bezeichnet haben, andere bezeichneten als eine Pandemie. Ihr wisst, ich kläre auf coronadatencheck.com auf der Homepage, habe ich darüber viel aufgeklärt, habe eine neue Homepage auf die Beine gestellt, die, wo die Videos in einer Blockchain sind. Ich habe auf Telegram fast wöchentlich mehrere Videos zu dem ganzen Thema gemacht. Jetzt gerade ein Video bezüglich der Tuberkulose und den Lagern, die man in Deutschland jetzt schon baut, weil die Tuberkulose wird auch falsch verstanden von der medizinischen Community. Viele Dinge kann man aber hier auf YouTube nicht sagen und deswegen habe ich die aufklärerische Aktivität auf die anderen sozialen Plattformen wie TikTok, wie, wie, wie verlagert. Und ich sah es als meine Aufgabe als Arzt, darüber zu reden, über die unmittelbare Gefahr, die vor den Füßen liegt, weil es ist zwar lustig in der Ordination, wir haben das ja auch gemacht in der Ordination, Zahnarztwitze zu machen und Blödsinnigkeiten zu machen und zu tanzen, aber was hat ein toter oder behinderter Patient dann noch mit Zähnen zu tun. Deswegen zuerst galt es, die unmittelbare Gefahr abzuwenden und da fand ich es und finde es auch sehr schade, dass sehr viele Kollegen, die im Internet tätig sind und die eigentlich das Internet kennen und die teilweise sich auch große YouTube-Kanäle aufgebaut haben, zur Plandemie eigentlich kaum bis nichts gesagt haben. Und das zeigt einfach, worum es diesen Herrschaften geht, dass es ihnen nur um eine volle Orde geht und dass der Beweggrund, wieso sie Videos machen, nichts an Gesundheit ist oder nicht Aufklärung ist. Das machen sie, weil sie jetzt halt in eine Kerbe oder ein Loch füllen wollen. Würde es ihnen aber wirklich um den Menschen gehen, dann hätten sie die unmittelbare Gefahr zuerst angesprochen und man wäre vereint aufgestanden und hätte über diesen Hochs berichtet. Wenn mir jetzt jemand erzählt von den Kollegen, naja, man hat das ja nicht so wissen können, also nicht besser, auch jeder hat im Medizinstudium sich mit Infektiologie beschäftigen können, auch jeder arbeitet in einer Ordi und die wenigsten arbeiteten durchgehend mit einer Maske oder durchgehend mit irgendeiner Schutzausrüstung und wurden nie krank. Also man hätte einfach das gelebte Leben ein bisschen überdenken können und das abgleichen mit dem, was dann im Mainstream so propagiert wurde. Deswegen also waren jetzt weniger Zahnvideos. Die Videos werden wieder kommen, aber wie gesagt, auch da wieder noch mehr klarer für den Menschen, zum Beispiel, dass ich erkläre, wie ist dieser Hochs entstanden? Einflächenfüllung, Zweiflächenfüllung, Dreiflächenfüllung oder Dreiflächeninlay. Ist das jetzt wichtig für den Patienten oder ist das eigentlich nur abrechnungstechnisch, ein Gebobel, ein Herumgezanke mit den Kassen? Solche Sachen werden wir ganz offen miteinander bereden, damit ihr auch noch mehr von dieser Veräppelung Gesundheitswesen mitbekommt. Diejenigen, die von euch jetzt durch die Corona-Plandemie aufgewacht sind, die werden das dann auch schon leichter verstehen und vielleicht wird so das ein oder andere Video denjenigen, der noch ein bisschen schläft in Bezug auf dieses Thema, dann doch noch zum Aufwachen bewegen und zum Nachdenken. Ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen beantworten können, wieso jetzt weniger Zahnvideos kamen, weil es einfach, weil die Prioritäten anders waren. In diesem Sinne alles Liebe. Ich hoffe es gibt. Vielen Dank.